Die Zusammenarbeit mit TTS würde ich in drei Worten mit unkompliziert, partnerschaftlich und fair bezeichnen. Wir haben mit der TTS zusammen sogar zwei Projekte umgesetzt, die relativ parallel liefen, nämlich einmal die Einführung der TTS Performance Suite für alle Mitarbeitenden bei der BDU-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland und kurz nach der Einführung der TTS Performance Suite haben wir zusammen mit dem Learning Team von TTS das Projekt Modern Digital Workplace im Learning Bereich umgesetzt und dort ein umfangreiches Lernprogramm mit den Kollegen aufgebaut. Wir haben damals tatsächlich einen sehr umfangreichen Proof of Concept durchgeführt und uns mehrere Unternehmen angeschaut, unter anderem eben auch TTS mit der TTS Performance Suite. Und bei TTS hat uns einfach das Gesamtkonzept in Verbindung mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis am meisten überzeugt. Wir nutzen die TTS Performance Suite aktuell einmal mit den Standardinhalten von TTS im Microsoft Office-Umfeld, also Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook und so weiter. Wir haben diesen Bereich auch um eigene Inhalte im Rahmen des Modern Digital Workplace-Projektes angereichert. Und zusätzlich sind wir dabei, die TTS Performance Suite halt nach und nach auch mit Inhalten zu den Eigenentwicklungen und anderen Standardanwendungen bei BDO weiter auszubauen. Seit wir die TTS Performance Suite im Einsatz haben, haben sich sogar mehrere Dinge verbessert. Zum einen sind wir wesentlich schneller in der Content-Erstellung. Das hat sich gerade bei den Einführungsprojekten jetzt herausgestellt, also bei dem Modern Digital Workplace-Projekt, dass man eben wesentlich schneller Sachen erstellen kann, wo man früher Snipping-Tool und Word und Paint und was weiß ich nicht alles brauchte, ist man jetzt halt innerhalb weniger Minuten durch mit der Erstellung des Contents. Und zum anderen hat sich natürlich auch der Aufwand für die Mitarbeiter beim Konsumieren der Inhalte verbessert, weil wir dort eben die Möglichkeit haben, die Contents individuell je nach Applikation auszuspielen und dadurch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich selbst schnell zu helfen und gleichzeitig den Aufwand im User Helpdesk vermindern. Wir haben die TTS Performance Suite bei BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeführt, weil wir eben zum einen das Onboarding erleichtern wollten. Also der Wirtschaftsprüfungsbereich ist grundsätzlich branchenbedingt schon von einer relativ hohen Fluktuation geprägt. Das heißt, wir haben jedes Jahr mehrere hundert Mitarbeiter, die wir halt onboarden müssen und durch den Einsatz der TTS Performance Suite und eben der Nutzung On Demand am Arbeitsplatz können wir den Einarbeitungsaufwand bei diesen Mitarbeitern eben reduzieren. Gleichzeitig können wir eben im Rahmen von Einführungsprojekten oder auch Releases wesentlich schneller Content erzeugen und auch Content verändern, als es früher der Fall war. Wir würden nicht auf die TTS Performance Suite verzichten wollen, weil es einfach ein sehr leichtgängiges und gut erklärbares Tool ist, was nicht nur für speziell geschulte Autoren anwendbar ist, sondern eben für jedermann. Ja, wir würden die TTS Performance Suite weiterempfehlen, habe ich auch schon getan. Und das würde ich machen, weil ich einfach weiterhin von dem Tool überzeugt bin und weil ich die Zusammenarbeit mit TTS halt sehr schätze.